Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es wieder um einen Vorgia-Falt mit dem Zombie-Kill-7. Den kenne ich doch aus dem Redstone World Forum. Ja, heute das hier und gegen das da. Ähm, wir werden mal gucken, wer verliert, wer gewinnt. Ach, achso, achso, hä? Was macht der da? Was, hä? Das ist jetzt irgendwie das... Okay, gut. Ähm, wir können jetzt natürlich noch weitere Spieler einladen. Ähm, wobei ich eigentlich... ...ist bevorzuge, erst mal alleine loszulegen. Na dann alleine. Gut, es geht los. Es geht los, es geht los. Wo ist der Eingang? Scheiße. Ach, guck mal. Guck mal an. Dann, ja. Da komm ich hoch. So, sehr schön. Dann geht's los. In 50 Sekunden wird die Arena freigegeben. So lange kann ich hier nichts machen. Ähm, wir können uns natürlich noch mal kurz hier ein bisschen umschauen. Ähm, auf dem... Das sagt von mir Scheinwerfer... Boah, können wir anmachen, müssen wir aber nicht. Ähm... Jetzt gerade da sein. Deshalb kann das momentan mit ein paar... ...FPS-Problemen sein. Das tut mir wirklich leid. Ähm... Ich weiß ja, wie's kommt. Oh, wir haben sogar YouTube am Chat. So, w-w-wann... 10 Sekunden. Scheiße. Los. 6. 5. 4. 3. 3. GD. Arena freigegeben. Los geht's. Zombie Kill 7. Den... Den kenn ich doch. Den kenn ich doch. Den kenn ich doch. Ich hab so viele in letzter Zeit kennenlernen gelernt. Wo ist denn hier? Ganz ehrlich. Wenn man da erstmal den Button dran bringen muss. Upsa. Halbes Herz verloren. Okay. Der das... Achso. Vielleicht auch ausschalten wieder, ne? So. Oha. Los geht's. Ja, ich hab ja meinen Vorgia S1 vorgestellt. Ähm... Das jetzt auch mittlerweile, ähm... Fertig ist und wie gesagt, auf Redstone World ZF zur Verfügung steht. Wir haben einen ersten Alarm. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Upsa. Ciao. Der hat uns voll erwischt. Spencer an und aus. TNT kann nun aktivieren. Brücke kann nun aktivieren. Der hat uns voll erwischt. Alter, wir haben da jetzt ein paar Probleme. Mal gucken, was hier oben los ist. So. Huch. Scheiße. Gefailed. 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 Schlag, schlack, schlack. Ähm... Knöpfe bräuchte ich eigentlich nicht. Der feuert viel öfter als ich. Ui. Ich hab gehört, dass der Server tatsächlich auf die 1.8 umgestellt wird. Ähm... Vielleicht sogar diese WG-Files. Das würde mich sehr freuen tun. Wenn ich momentan bin ich nicht so zufrieden mit Einzigen. Ihr seht ja selber das Video gerade. Ihr seht ja selber, wie das ausschaut. Ich werde dazu einfach mal nichts sagen. Brücke. Ach, das sind die untersten Kanonen. Mann, warum feuert ich denn die untersten Kanonen? Da geht's zum Dach richtig, ja. Huch. Die ist ja auch noch. Ja, los. Ich werde eigentlich mal dafür hier zu machen. Ein paar Mal von der Kanone hier zu feuern. So. Wir haben, sagen wir, scheinbar auch sogar ein paar Zuschauer hier. Das ist ja echt blöd mit den, mit den Knöpfen hier. Ach, ne. Auf dem Boden kann man die auch nicht. Ach, hier ist der Knopf. Ah. Die Suche nach dem Knopf. Überschrift. Genau so kann ich's mir vorstellen. Alter Finne. Alter. Alter, alter, alter. Mann, ey. Kann er nicht mal feuern? Oh. Machen wir eigentlich Schaden? Scheiße. Ich hab' ich erwischt. Scheiße. Ich komm' die Leiter nicht mehr hoch. Ich komm' die Leiter nicht mehr hoch. Doch, ich hab' doch Leiter im Inventar. Ich doh. Oh, Mann. So. Haben wir ihn erwischt? Ja. What? GG. Was? GG. So. Alter. Ja, gu. Der hat viel öfter gefeuert als wir. Da hatten wir natürlich schon so'n kleines Problem, ne? So sieht unser Rogier aus. Es sieht... Schön aus. Ich mach' mal ein Screenshot, aber mal so. Ähm. Ach, ich kann hier auch nicht rüberfliegen. Echt. Auf die andere Seite. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss hier aus dem Borgia Park. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.